Für Lauterbach ist Italien jetzt verbranntes Land. Friedrich Merz ist natürlich kein Nazi. Diese Woche mit Karl Lauterbach in Italien. Ich versuche tatsächlich die Zahl der Alsos zu reduzieren. Also... ...mit Friedrich Merz in der AfD, also im Enddarm der AfD und dann schnell wieder raus. Und es geht natürlich um Löwinnen, die Wildschweine waren. Oder umgekehrt, man weiß es nicht mehr. Wildlöwinnen? Egal. Auf jeden Fall, Berlin war durcheinander. Und wir gucken uns Elon Musk und Twitter-Ex an. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vecta mit meinem satirischen Wochenrückblick hier auf YouTube. Friedrich Merz hat es mal wieder geschafft, der kleine Poscher. Er hat für Schlagzeilen gesorgt und alle fragen sich, nach dieser Woche steht die Brandmauer zur AfD noch? Oder hat er sie schon eingerissen? Oder brennt der Laden-CDU einfach durch Friedrich Merz mittlerweile lichterloh? Und Merz sollte gucken, dass er das sinkende Schiff möglichst schnell verlässt. Man kann sagen, die CDU, das ist der Fremantle Highway der Politik. Und die deutsche Politik ist die Nordsee. Ja, aber was ist eigentlich passiert? Zuerst sagte Friedrich Merz, die CDU sei eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Ich meine ganz ehrlich, wie dumm kann man sein, um den Namen des Konkurrenten auch noch zu übernehmen? Stell dir mal vor, Volkswagen würde Werbung machen und sagen, wir sind der Mercedes mit Substanz. Und alle würden danach zu Mercedes rennen und ein Mercedes kaufen. Der PR-Mann, der so eine Scheiße machen würde, würde von heute auf morgen rausfliegen. Nicht so Friedrich Merz, der ist immer noch da. Und dann kam es noch dicker. Dann kam das hier. Es ist in Sachsen-Anhalt in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl, das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Dieses verschurbelte Geschwätz sollte bedeuten, auf kommunaler Ebene kann man schon mal mit der AfD zusammenarbeiten. Und dann kam die nächste Wolte von Merz, nämlich, Achtung, Überraschung, war alles nicht so gemeint, liebe Paschers. Um es noch einmal klarzustellen, und ich habe es nie anders gesagt, die Beschlusslage der CDU gilt, es wird auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben. Das hätte man aber als AfD-Mann mit Substanz, der Friedrich Merz ja gerne sein möchte, anders lösen müssen. Das Wort wäre gewesen Mausgerutscht. Tut mir leid. So machen das doch, deine neuen Freunde. Oder, Fritzi? Und um es noch einmal zu sagen, Friedrich Merz ist natürlich kein Nazi, der deshalb mit der AfD zusammenarbeiten will. Es war stramm rechts, aber er ist vor allem ein arroganter Fatzke, der im Vorgestern stehen geblieben ist, nämlich im Jahr 1990, und davon ausgeht, dass die CDU einfach immer regiert. Und wenn sie das mal nicht tut, dann ist das ein historischer Irrtum der Geschichte. Und wenn einer wie er kommt, dann spätestens muss sie wieder regieren. Ja, er hält das, was jetzt passiert, nämlich eine Ampelkoalition, für eine Art Unfall der Geschichte, um es mit dem Alten noch einmal zu sagen. Der wahre Unfall der Geschichte sind aber Politiker, die größten, weil sie nicht glauben, dass der eigene Laden, egal wie gut oder schlecht er arbeitet, immer zum Regieren befähigt ist. Das ist das eigentliche Problem. Und zu diesem Typus Mensch gehört Friedrich Merz. Er hat nämlich immer noch nicht verstanden, dass die CDU nicht das Black Rock unter den Parteien ist, wo man jeden Preis zahlt, um auch mit den dümmsten und den falschesten Leuten an der Macht zu bleiben. In einer Hauruck-Aktion hat Elon Musk Twitter umgenannt. Twitter heißt jetzt, äh, wie nochmal? Aus Twitter wird X. Dankeschön. Und genau wie SpaceX ist auch dieses Himmelfahrtskommando des reichsten Mannes der Welt hoffentlich ein riesiger Irrtum. Warum hat er das Ganze gemacht? Weil er Twitter zu so einer Art WeChat machen will. Das ist dieses chinesische Unternehmen, mit dem man das ganze Leben organisieren kann. Das ganze Leben aus einer App. So eine Art WhatsApp XXL. Mit allem möglichen drumherum. Also das, was wir einzeln im App Store schon haben, jetzt nochmal komprimiert. Naja, man muss sagen, der Ruf von Twitter ist schon lange ramponiert, aber Elon Musk schafft es mit Leichtigkeit, ihn noch tiefer in die Scheiße zu reiten. Denn in Wahrheit will Elon Musk nur eines. Den Kampf gegen die woke Taliban auf ein neues Level heben. Ja, nie wieder auf X sowas wie MeToo oder Black Lives Matter. Nein, Twitter, das wird die neue Row Zero unter den sozialen Netzwerken. Mit ganz vielen XXL-Brüsten von Frauen, die dann von strammen Konservativen wie Elon Musk nach Lust und Laune so behandelt werden dürfen, wie sie glauben, dass das richtig ist. Und damit zu wilden Schwanereien in Berlin. Und damit ist ausnahmsweise nicht das Berghain gemeint. Es löft in Berlin. Hakuna Matata-Alarm. Ja, Hakuna Matata. Ein Handy-Video aus Klein Machno sollte ein bisschen undeutlich eine Löwin zeigen, die frei durch die Brandenburger Wälder streunte. Berlin kriegte spontan eine Panikattacke. Sechs Sekunden. So kurz dauerte es, um ganz Brandenburg, ganz Berlin, nein, ganz Deutschland in helle Aufregung zu versetzen. Die Löwin war, das ergeben nun Bildanalysen, eine Wildsau. Vielleicht hatte die einen Fotofilter benutzt, weil sie bei Tinder bessere Ergebnisse haben wollte. Ich bin halt auch tatsächlich der Meinung, dass es keinen Löwen gibt, den man finden könnte. Na dann, wieso die ganze Aufregung, oder? Bisschen bezeichnend vielleicht schon, dass das Sommerloch und hier in diesem Jahr ausgerechnet nicht wirklich existiert, sondern nur auf grisseligen Bildern. Gerade als wir uns darüber verständigt haben, dass man in Zeiten von künstlicher Intelligenz praktisch keinem Bild mehr glauben kann. Aber es gab auch traurigere Stimmen. Einige Kinder sagten aber auch, sie seien enttäuscht. So eine Löwin, das wäre doch mal ein Abenteuer in den Schulferien. Genau, dann kann man sich statt mit anderen Leuten im Freibad zu prügeln, mal mit einer Löwin prügeln. Oder eben mit einer Wildsau. Wobei die Freibadprügler und Wildsau in einem Satz, das ist wirklich beleidigend für die Wildsau. Und was sagt der Bürgermeister von Kleinmachno, wo der ganze Skandal seinen Ausgang genommen hat? Es ist nicht unser neues System der Wildschweinbejagung in Kleinmachno Löwinnen einzusetzen. Nee, da nehmen wir lieber weiterhin den Braunbär von Spandau, Kai Wegner. Auch die Wirtschaft trifft die Auflösung des Rätsels namens Wildsau hart. Das Radisson Blue Hotel hatte sich schon Pläne für ein Löwengehege in der Lobby erstellen lassen. Erste Anwohner der Karl-Liebknecht-Straße dagegen befürchteten, dass die Immobilienpreise sinken werden, wenn erst mal aus dem Radisson ausgebrochene Löwenrudel durch die Stadt streichen. Karl Lauterbach war in Italien im Urlaub. Nein, das stimmt so nicht. Er war dort, weil, wie wir aus gut unterrichteten Kreisen hören, er einen Impfstoff sucht gegen fiebrige Mittagshitze. Man könnte so eine erste Idee aus dem Gesundheitsministerium sich mit Kirchenluft impfen. Auf Twitter schrieb Lauterbach, Montepultiano noch immer ein Kälteraum, Rom immer noch viel zu heiß. Kirchen sind auch im Sommer schön schattig und könnten so vielleicht präventiv eingesetzt werden. Es gibt sie von zwei Herstellern. Davon ist einer tatsächlich in Italien ansässig, nämlich im Hotspot von Rom. Weiter twitterte Lauterbach, die Kirchen sollten in Hitzewändern als Kälteraum tagsüber offen sein und Schutz bieten. Gut möglich, dass ihr für eine Impfung mit kühlem Kirchenaroma katholisch sein oder werden müsst. Wenn der Karl sich aber so knallhart durchsetzt, wie bei der Krankenhausreform gerade, dann reicht vielleicht auch die Mitgliedschaft in der Erbarmer Ersatzkasse. Die Kirchen sind irritiert aufgrund des Zick-Zack-Kurses des Ministers. Immerhin hatte Lauterbach noch im letzten Jahr Gottesdienste als Pandemietreiber bezeichnet. Bei pandemischer Hitze rät Lauterbach auch tatsächlich davon ab, im Gottesdienst noch zusätzlich von Höllenfeuer zu sprechen. Kirchen gegen Klimawandel. Früher oder später wird Elon Musk versuchen, den Petersdom zu kaufen und dann natürlich umbenennen in Kirche X oder Elons Dome. Lauterbach findet es super, aber schon hat der neue Gegner Jörg Kachelmann warnt die Betonköpfe der katholischen Kirche bei Hexenverbrennungen mit Holzfeuern entsprechend super viel CO2 oder auch Pallets zu verwenden. Beides keine Lösung. Aber Urlaub in italienischen Kirchen, ob das die Zukunft ist? Viele Touristen sind die Pizzen einfach zu klein, die der Pfarrer da zweimal pro Woche im Gottesdienst an die Gläubigen verteilt. Nachvollziehbar. Lauterbach hat dazu auch schon getwittert, wenn es so weitergeht, werden diese Ziele im Süden auf Dauer keine Zukunft haben. Eine Ära geht zu Ende. Jetzt sind die Italiener natürlich empört über Lauterbach, weil er ihren Tourismus angezählt hat. Für Lauterbach ist Italien jetzt verbranntes Land. Dabei boomt der deutsche Tourismus dieses Jahr in Italien. Klar, wenn schon Beschweren überhitzt, dann wenigstens da, wo es am schönsten ist. Und man fragt sich ja schon, wo Lauterbach eigentlich wohnt in Italien. Im Zelt? Ich meine, ganz Italien ist voller Klimaanlagen, nicht nur in den Kirchen. Ganz im Gegensatz zu uns Deutschen, wo Klimaanlagen Wärmepumpen heißen und alle immer brüllen, Was? Noch mehr Wärme reinpumpen? Das ist doch Wahnsinn! Vielleicht wohnt Lauterbach, aber auch schon in einer Kirche, soll ja jetzt dank ihm bald Trend werden. Könnte sein. Achtet bitte drauf, wenn ihr noch euren Urlaub buchen wollt in diesem Jahr. Die angesagtesten Hotels haben jetzt keinen VIP-Bereich mehr, sondern einen RIP-Bereich, einen Rest-in-Peace-Bereich. Und sie haben nicht mehr drei Sterne, sondern drei Kreuze. In diesem Sinne, bis nächste Woche.